Der Hund ist mal Europameisterschaftsteilnehmer gewesen. Der Hund ist auf der Weltmeisterschaft gelaufen, ja, das ist schon, so soll ein Hund wirklich irgendwann mal sein. Das ist schon eine ganz große Liga, aber auch die werden dann irgendwann mal älter. Trotzdem hat er immer noch Spaß an der Arbeit, er möchte immer noch arbeiten. Und macht das halt auch seine Atemweise. Und macht das halt auch seine Atemweise. Jetzt kommt es in der Mitte. Jetzt kommt es in der Mitte. In der Mitte. Hier ist noch ein Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Vielen Dank.